Hallo, Wetter Guild Wars 2, Freunde und Zuschauer meines Kanals. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von Serenity Spielt Guild Wars 2. Und wir beginnen, ich glaube sogar den letzten Abschnitt, nämlich A Light in the Darkness. Und das müsste, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, der letzte Teil der Clore Island Saga sein hier. Und wir sollen ja mit Mutterbaum sprechen. Heil, Mutter. Wir suchen Ihre Wissen. Bide a while. Ich habe viel zu zeigen. Komm zu mir. Ich zeige dir die Weg. Mutter Tree, ich bin sicher, dass du von der Destruction von Clore Island gehört hast. Zeitann ist in Kraft. Die Soul von Tyria mourn als ihre Kinder wurden verletzt, als sie die Beine verletzt wurden. Die Land wept, und die Welt schuddered. Meine Freundin und ich versuchen zu retten das falsch. Wir wünschen uns zu kämpfen, Zaitann, und zu retten was verloren. Wir kommen zu fragen, Ihre Wissen. Die Antwort ist in der heart von Tyria's Zukunft. Und Ihre eigene. Sie müssen beide die Dunkelheit beherrschen, werden die Schmerzen in der Nacht. Ist es sogar möglich, Sie zu retten, Zaitann zu retten? Nur mit großem Wunsch. Komm, ich zeige dir eine Vision von deinem Zukunft und die Herausforderungen zu kommen. Es ist Zeit, meine braven Freunde. Ich habe mich ge... Oh, das ist doch nicht der letzte Abschnitt, das ist der vorletzte. Denn wir dürfen jetzt immer noch Ornd bekommen, einen kleinen... Ja, was ich sagen wollte, ist, wir bekommen einen Ausblick auf die Zukunft, was noch auf uns zukommen wird. Trahearn wird jetzt sehr viel monologisieren, das heißt, ich bin jetzt auch einfach mal still, damit ihr mitkriegt, was Trahearn so erzählt und sagt. Wir gehen einfach mal. Trahearn genug Zeit hat zu reden. Jetzt redet er natürlich nicht, das ist so typisch für Trahearn. Normalerweise ist er alle fünf Sekunden am Monologe halten. Und jetzt zählt er schön die Klappe, aber ich glaube, gleich geht es wieder los, sobald wir in die Nähe kommen. Also noch ist hier alles nicht feindlich, das ist noch alles okay. Beziehungsweise hier der Risen... Hier, der da. Der Spectral Juggernaut. macht uns leichte Probleme. Die hier hinten würden auch angreifen, wenn wir zu nah dran vorbeilaufen. Deshalb bleiben wir hier schön auf dem Wege. Und passen auf, dass wir hier nichts überstürzen. Hütten ist noch ein Ball, da ist ein Chicken. Ach, die Risen Chicken. Die Veteranen sind Risen Chicken, die sind so übel. Na, kommt schon hören. Erzähl mir mehr über Awe und die Guild Wars. Ups, den habe ich vollends übersehen. Wir haben jetzt im Übrigen auch... Wir sind Level 80 mittlerweile. Wir haben jetzt auch einen Level 80 Bogen. Und machen dementsprechend auch etwas mehr Schaden. So, dort müsste Mutterbaum gleich wieder stehen. Also, Awe muss früher mal wirklich schön gewesen sein, bevor es untergegangen ist. Awe ist ja untergegangen. Eine, eine sunken Nation. Mutterbaum hat uns eben darauf hingewiesen, dass wir alleine nichts erreichen können. Und dann, was Keith ja auch schon sehr bedauerlicherweise feststellen musste. Dass man Freunde braucht und eine Einheit braucht, um hier weiterzukommen. Meine Destinie ist, dass wir auf den Weg gehen. Na komm. Chicken erzählt heute gar nicht so viel. Das ist sehr selten. Okay, dann gehen wir mal aus dem Laufmodus heraus. Da komme ich natürlich nicht durch. Das ist sehr selten. Und wir haben eine unbezügliche Nation, und es beobachten. Der Dragon erwartet den Rest von Tyria zu sein, aber wir leben, und wir breathieren, und wir kämpfen. Alle Räten, alle Orden, und alle Gelegenheiten der Leben stehen gegen Zaitan. Der Dragon ist ein Fearsommer. Er will nichts mehr als uns mit Gefühlen. Aber ich sage euch das. Wir sind nicht Angst. Wir werden niemals kneeln. Das ist so mit die Zukunft, die wir eventuell erleben könnten. Und Johan muss lernen, ein Anführer zu werden, auch wenn er das nicht will. Oder sich selber nicht in dieser Rolle oder in dieser Position sieht. Aber wie Mutterbaum ja schon so passenderweise sagte, er muss werden, was Tyria braucht. Und das ist eben Anführer dieser Leute hier. Jetzt dürfen wir uns auch mit der Umwelt ein wenig näher befassen und schlagen. Und in diesen Traum in dieser Vision eingreifen. Ach, da unten ist sie. Ach, da unten ist sie. Da unten, komm her. Die muss weg, alles andere ist egal. Ich habe sie gerade schon vermisst, wo sie blieb. Da gehe ich lieber weg, denn ich möchte nicht, dass der Frenzy auf mich drauf knallt. Katze! Auf geht's! Ja, der wirftet seine Raupen hier schön. Ich kann eigentlich ganz perfekt von hinten stehen und drauf zimmern. Das ist kein Problem. Von der Katze geht's noch gut? Kann ich dich... Ja, er ist immun gegen umstoßen, aber gegen unterbrechen. Ups. Hallo Abomination, wo kommst denn du her? Was möchtest du von mir? Hm, wir wechseln mal. Ha, Pro gibt Geschwindigkeit, das ist gut. Es ist nie verkehrt, wegrennen zu können hier. Ja, jetzt werfen die Raupen natürlich Gift auf mich. Aua, da muss ich jetzt aber aufpassen, so. Aber das ist kein Problem. Hast du Frenzy drauf bestimmt. Ich muss hier aufpassen, dass ich hier mich nicht umhauen lasse von der Abomination. Aber die anderen hier können die ja ganz gut beschäftigen. So, dort. Jetzt muss noch die Abomination dran glauben. Und das war's. Wo bist du? Da. Wo bist du? Da. Du hast es gehört schon hören. Du musst sie wieder zusammenbringen. Du hast es gehört schon hören. Du musst sie wieder zusammenbringen. Du hast es gehört schon lange gemacht. Ich sagte dafür nicht. Im Raum von Kolasa. Ich habe nets aufgeregt. Sie Cook auf das Gleichgewicht vomal zu werden. Du bist das gleich garzi βrscht. Du bist der Satz ge Was wir gesehen haben zwischen Logan und Ridlock ist, was die beiden von persönlichen Disputen miteinander haben. Also, Ridlock wirft Logan vor, dass es seine Schuld wäre. Oder ist das, ähm, Snuff damals gestorben ist, weil Logan sich vom Schlachtfeld einfach so entfernt hat, mitten im Kampf gegen Krakatorik. Und Snuff deshalb gestorben wäre. Und als auch noch, ähm, Glint, der, der Drache von, äh, der ehemalige Champion von Krakatorik, der sich dann auf die Seite von Drach, der Destiny's Edge geschlagen hat, ebenfalls mitgestorben ist. Weil es natürlich auch ein herber Verlust und, ähm, Solskja gibt zum Beispiel Ayer die Schuld dafür, dass Snuff und Glint gestorben sind, weil Ayer trotzdem gesagt hat, obwohl Logan, ähm, sich zurückgezogen hat, um seiner Königin zu helfen, ja, wir kämpfen trotzdem. Und hier sind noch die letzten Fahlen und Kay. Ich habe so sehr hart versucht. Sie können nicht zu stoppen, zu kümmern. Sie können nicht verstehen, dass die Drachen sind mehr wichtig. Sie würden alles wegwerfen. Ich bin allein. Ich bin so hart. Komm zurück zu mir. Wenn die Welt enden muss, lasst uns unsere letzten Tage in uns. Diese Visions representen ein möglicher Zukunft für Destiny's Edge, wenn sie nicht ihre Quarren nicht verhindern. Wir brauchen sie, um sich zu retten, wenn wir um Zaitan zu verhindern. Ja, und Kay, die natürlich versucht hat, immer Destiny's Edge zusammenzuhalten. Ja, die Guild Wars. Still angry over the loss of Ascalon, the Char struck hard, while Human... The Char ravaged Ascalon with searing cauldrons and marched on oar. As hope failed, an Aurion named Vizier Kilbron read the Lost Scrolls and unleashed an ancient curse. The curse annihilated the Char army, but it destroyed oar as well. A cataclysm plunged the nation into the ocean. Everything was lost. Fertig zu hören? Danke. Was ich sagen wollte, Kay, die immer versucht hat, Destiny's Edge wieder zusammenzubringen und zusammenzuhalten, wäre vermutlich dabei, der Dunkelheit zu verfallen und sich tatsächlich fallen und dem Nightmare Chord anzuschließen, wenn es dann weiterhin so bleiben würde und sich diese ganzen Dispute einfach nicht lösen lassen unter den anderen. Was sehr bedauerlich wäre. So, dann machen wir einen kleinen Umweg, einen minimalen. Und das ist im Übrigen auch ein Ausblick dessen, was uns nachher erwarten wird, wenn wir in Aar unterwegs sind. Und Tote. Soweit das Auge reicht. Und das wird nicht schön werden. Ja, in den Blink of an Eye. Ob das nicht bereits ein Hinweis darauf ist, was uns erwartet. So, da sind die Risen. Geh auf meinen Polos, das finde ich sehr gut. Geh auf Polos. Ich will mir mal Treyans Waffen genauer ansehen. Was hat denn er da eigentlich an? Er hat irgendeinen hässlichen Fokus, das sehe ich, und irgendeinen Zepter. Das Zepter ist schick, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Es ist jetzt nicht ultra umwerfend, aber es ist nicht hässlich, ne? Kann ich mich an euch nicht vorbeischleichen? Doch, kann ich. Ja, Mutter sagt ja in der Blink of an Eye, ne? Jetzt guck mal, was da vorne steht. Eye of Sight, Herren. Es protectet sich, es reflektiert zum Glück nicht meine Geschosse. Ich glaube, sonst wäre ich wirklich am A. Ja, Obstructed ist okay immer noch. Deshalb versuche ich immer hier so halbentwirkend, dieser Säule zu kommen, damit das Auge mich nicht trifft nach Möglichkeit. Ich kann es nach hinten schießen, trotz Stabilität? Okay. Ja, geh auf Poe, geh auf Poe. Tut ihm zwar nicht gut, aber... Es ist besser, als wenn er auf uns losgeht, ne? Es macht jetzt nicht ultra viel Schaden, also das Auge hier, das ist ja nur... Hier, Story-Auge, ups. Wir wechseln mal. Ist ja nur Starry-Auge daher. Geh auf, Herren, das ist auch okay. Das ist im Nahkampf echt lästig, das Fähig hier. Wieso geht das eigentlich? Das ist alles, das ist auch mal. Once more, the wind and the sun. Although my nation is drowned, the slow blood still pulses in its veins. Orr was once the heart of Tyria, so full of life. I was the last of a line of proud rulers. Now my nation is enslaved. What do you seek here? Orr has nothing left to give, save ash and bones. We came to fight Zaitan. Can you give us counsel? Zaitan can be defeated, but that will not save Orr. The land must be cleansed of this poison. Seek the source. Is Zaitan the source, or is there some other poison that fouls Orr? Please, tell us. Seek the source. Cleanse Orr. Seek the source. Tja, das war wie sehr Kilbrun, der uns nun sagte, seek the source, also suche die Quelle. Und er auch sagt, dass Zaitan nicht die Quelle ist, denn nur Zaitan zu töten reicht nicht. The elder undead dragon that pulled Orr from the depths. The massacre of Orr gave the dragon fertile ground to create its horrific army. Zaitans power does not end here. In slaughter, its army grows stronger. Klaw Island was just the beginning. The dragons are destruction. They will not stop until all life on Tyria is destroyed. Der hat schon hören leider recht, die elder dragons werden nicht aufhören, Tyria anzugreifen, bis halt die Menschheit oder beziehungsweise wir alle vernichtet sind und nur noch ihre minions übrig sind. Denn die elder dragon unter sich, die, ähm, die arbeiten ja nicht zusammen, die elder dragons. Die, die arbeiten ja auch gegeneinander, denn jeder will ja die Vorherrschaft über Tyria eigentlich selber erlangen. Daher gehen die minions sich halt auch gegenseitig an die Gurgel, was eigentlich ganz spannend ist zu beobachten, wenn man das im normalen PvE-Gebiet mal sieht, wie sich die minions untereinander alle schlagen. So, und hier muss ich jetzt hinauf zum Endkampf. Promenade der Götter. Ups. Und Traherne, der jetzt angegrannt kommt, hat jetzt Caledborg auf den Rücken. Anstelle von seinem Zepter und seinem hässlichen Fokus. Und Traherne wird jetzt auch, ähm, mit Großschwert rumrennen. Ich weiß nicht, ob es damals schon ein Hinweis darauf war, dass Nekromant ein Großschwert bekommen für H.O.T. Oder ob das einfach nur Zufall war, dass Traherne das Ding einen in die Hand gedrückt bekommen hat, weil er halt nach, ähm, Rianok der älteste Sohn von ihr ist. Bzw. Traherne ist eigentlich der erste erstgeboren, also der älteste Sohn von Mutterbaum. Und er erbt jetzt von seinem Bruder das Schwert. Hallo, Guardian of the Gates. Ich bin froh, wenn er sich nicht mit mir befasst. Kann ich dich unterbrechen? Nein. Er haut meine Katze fatt, wenn ich Pech habe. Ja, ich wollte sie gerade anspringen lassen, aber... So, jetzt. Katze, kannst du jetzt anspringen? Icy Pounds? Ja, hat jetzt funktioniert sehr gut. Der schlägt meine Katze zu Brei. Das gefällt mir gar nicht. Unterlasse das bitte. Schon hört man auch nur die Auto-Attack irgendwie. So, ich hole dir jetzt mal Verrundbarkeit drauf, so weit wie ich komme. Nämlich mit... Ja, bei 10 Stapeln ist tatsächlich Schluss bei mir mit der 2. Kann ich dich mit der 4? Kann ich dich nicht mehr unterbrechen? Das war's. Der Guardian of the Gate ist besiegt und wir kehren zurück zum Mutterbaum. Da sehen wir nochmal... Traherl mit Kalladborg auf dem Rücken. Das Schwert ist schon schick. Ich hätte den Skin sehr gerne. Orr has had all hopes stripped from it. To confront the dragon, you must first overcome your greatest fear. Lest you be consumed by it. Tell me, what do you fear, Valeska Longstride? Und so wie wir uns jetzt entscheiden werden, zwischen diesen 3 Antworten, wird es nachher anders weitergehen in der Story. Ich werde aber das trotz allem wählen, was am ehesten zur Wahl ist, passt. Wir haben als erstes... Äh, als erstes... Ja, als erstes... ...that an innocent person who believed in me would die, because I couldn't save them. Also, dass eine unschuldige Person, die an mich geglaubt hat, stirbt, weil ich sie nicht retten kann. Das Zweite ist... Also, dass wir so fatal versagen, dass wir den Respekt unserer Kameraden verlieren und entehrt werden. Oder, that one day through my actions I'd condemn someone to suffer in agony. Dass wir eines Tages jemanden durch unsere Taten dazu verdammen, in Qualen zu... äh... zu leiden. Äh... Was denn, war das denn am ehesten? Also... Äh... Alice ist jetzt keine Person, die auf eine Einzelne bezogen ist, ähm... Er ist auch so eine Gruppenperson, also so eine Anführerperson mehr oder weniger, so eine Leaderposition. Und ich glaube, daher passt das, ähm, das Zweite am besten. Also, dass er so fatal versagt, dass er den Respekt seiner Kameraden verliert und entehrt wird. Wir nehmen das einfach mal, auch wenn das ziemlich anstrengend und nervig wird nachher. Es ist gut, zu holden Freunde in high regard, aber besser, zu live auf zu deinen eigenen High Ideen. Keep das in mind, wenn du dich selbst 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 verletzt hast. Danke, Pale Tree. Ich will remember deine Wissen. To know the future, even the mere possibility, kann be a great burden. I am sorry, brave heroes, that you must walk this path. Must these things come to pass, Mother? Must I take up Khalidbolg, and travel into the Heart of Orr? You must both take up this mantle. Traherne, your duty is to cleanse Orr. Your friend shall aid you, and then face the dragon. And Claw Island, can we retake it and save Lion's Arch? I believe so. But that will not be your first test. The dragon seeks to destroy its enemies before they can strike. I see within the dream that Zaitan's forces enter battle. Not against Lion's Arch, but at the heart of your order. My order headquarters? No. How could that be? How could Zaitan even know? Those who have been corrupted reveal everything to Zaitan. Nothing is secret. Least of all those places where his enemies hide. If my friends are in danger, I have to go to them. They have no warning. They'll be slaughtered. I will go with you. Our Fates are bound together. And from this day forward, we fight as one. Farewell, valiant souls. May your wild hunt be successful. And may your courage illuminate the dark of night. Und auch damit wären wir dann fertig mit diesem Abschnitt. Und als nächstes müssen wir immer noch nicht Claw Island zurückerobern. Deshalb hasse ich diesen Abschnitt so sehr, ist so edendig lang. Sondern wir müssen zu unserem Ordos Headquarter, in dem Falle zu den Vigil. Und da sehen, was Zaitan davor hat. Denn Mutterbaum sagte ja, die, die Zaitan verfallen seiner Korruption, die geben alles preis, was sie wissen. Auch die Standorte der jeweiligen Headquarters. Und das wird dann noch recht interessant werden, die wieder zurückzuerobern und sicherzustellen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Möge der blasse Baum noch weiterhin über eure Trauma wachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eure Serenity.